Wär ja auch zu schön gewesen, direkt Freispiele zu bekommen. Wär ja auch zu können, direkt Freispiele zu bekommen. Wär ja auch zu können, direkt Freispiele zu bekommen. Ach komm, mach mal was jetzt hier. Fress nicht alles wieder so runter. Und? Jawoll. Geht doch. Geht doch. Okay. Okay. Bitte noch ein schönes Symbol. Mach wenigstens ein Vollbild vom Vogel. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, drei Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm, mach was Muss, muss mal kurz einen Break machen So, weiter geht's, ich versuche nochmal ein paar Runden, vielleicht macht der ja doch noch was Und dann mal schauen, ja, oh, schade vier, keine fünf Und? Schade Na gut, probier ich nochmal was anderes, bis gleich Machen wir mal Gong Hei, Gong Hei Viel Glück mit Gong Hei, Gong Hei Tja, so, jetzt müssen wir mal schauen, ob hier mal was kommt Tja, wo es kam nix, im Prinzip dasselbe Spiel Anderes Spiel, andere Automaten Oh, schade Hätte ja mal reinhübschen können Er ist auch schon wieder so tot wie Iowose eben Und? Und? Oh Komm, ich hatte lange nicht mehr Fishing Friendsing, machen wir das mal Schauen wir mal, ob ein guter Tag zum Mangeln ist Und? Schade Wie fühlst du dich? und jawohl, wir gehen runter, Amel. Komm, dicke Fische. Ja, jetzt kommt kein Angler, ist ja klar. Ja, jetzt kommt kein Angler. Ja, jetzt kommt kein Angler. Oh, wieder auf hier. ... Musik ... Untertitelung. BR 2018 Na gut, bis später. Und ein Free Game in Form von 10 Cent? Tatsächlich. So, bis später. Ich mache mal eine Runde Triple Triple Chance. Und schauen, ob wir hier irgendwas sehen. Irgendeinen Gewinn. Ob Midas oder von Triple Triple Chance selber. Na komm, schmeiß mal was. Also hier Gewinnplan nochmal vor euch. Ich spiele hier normalerweise. Das Spiel nie. Kriegt man nicht höher als 4 Euro gedrückt. Boah, Vollbild hätte ich da mal machen können. Nee, das ist auch nicht so gut gelaunt. Gefühlt. Das war ein Grund, warum ich keinen Triple Triple Chance spiele. Na gut, bis dann. Ja. Ja.